Hallo, herzlich willkommen! Vielen Dank, dass Sie da sind. Wir wünschen frohe Ostern und wir hoffen, dass Sie nicht gestört werden. Ja, wir spielen heute für Sie ein Streichtrio in D-Dur von Ludwig van Beethoven. Wir fangen gleich an, wir müssen bloß noch unseren Hund hier irgendwie zerscheuchen. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Vielen Dank, das war schon unser gleiches Konzert heute. Ich hoffe, wir können das bis Pfingsten nochmal wiederholen oder vielleicht etwas anderes spielen. Wir freuen uns auf den schönen Ostern. Vielen Dank, dass Sie da waren. Schönen Ostern! Schönen Ostern! Musik Musik Musik